Das alte Brauhaus in Koblenz. Hier wird Gemütlichkeitsstimmung und gute Laune groß geschrieben. Auch eine erstklassige Küche und ein sehr gepflegtes, gezapftes Bier gehört zur guten Tradition des alten Brauhauses, dem Stammhaus der Königsbacher Brauerei in Koblenz. In der Braugasse in der Koblenzer Altstadt finden einheimische sowie auch auswärtige Besucher, vor allem Bierliebhaber, einer der angesagtesten Treffpunkte in der Stadt, das alte Brauhaus. Das Brauhaus bietet seinen Gästen und vielen Fans aus der durchgehend warmen Küche einen fein rustikalen, gutbürgerlichen Mittags- und Abendtisch mit rheinischen Spezialitäten, Braureichmankern sowie einem leckeren Frühstück. Verschiedene frische Biere vom Fass, dazu ausgesuchte Spezialitäten aus der Flasche runden das gastronomische Angebot ab. Die zahlreichen und stimmungsvollen Events, die hier im alten Brauhaus regelmäßig stattfinden, sind für Partyliebhaber ein absolutes Muss. Die erfahrene Inhaberin und Gastronomin Monika Retzmann betreibt neben dem Kultbrauhaus auch das alte Brauhaus Neuwied, auch zur Nette Neuwied genannt. Auch hier fühlt der Gast sich wohl. Ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken laden zum gemütlichen Verweilen in der Deichstadt ein. Im Brauhaus Neuwied stehen für die verschiedensten Feiern zwei Gesellschaftsräume zur Verfügung und eine schöne Außenterrasse lädt im Sommer zum gemütlichen Verweilen ein. Das alte Brauhaus Mühlheim-Kierlich verfügt über einen großen Veranstaltungsraum, in dem über 500 Personen ausgelassen, aber auch gemütlich und exklusiv feiern können. Hier können große Open-Air-Partys mit Livemusik und gemütlicher Atmosphäre genauso gefeiert werden wie eine festliche Hochzeit. Das engagierte Küchenteam rund um die Inhaberin Monika Retzmann verzaubert auch ihre Feier zu einem kulinarischen Erlebnis der besonderen Art. Wer eine einzigartige Atmosphäre in gemütlichem Appiliente sucht, gern unter netten Männchen isst, dazu leckere Biere und Speisen genießen möchte, für den gibt es in der Region drei gute Adressen. Das alte Brauhaus in Koblenz, Mühlheim-Kierlich und Neuwied. Aber auch stimmungsvolle Outdoor-Veranstaltungen stehen auf dem Kalender des alten Brauhauses, wie zum Beispiel eine Partyschiffsreise auf dem Rhein. Natürlich wird auch auf dem Partyschiff der Service großgeschrieben. Auch hier betreut Monika Retzmann mit ihrem hochmotivierten Team ihre Partygäste. Wann dürfen wir Sie in einem unserer Brauhäuser willkommen heißen? Stimmung, gute Laune, eine gepflegte Speisen- und Getränkekarte und ein freundliches Serviceteam laden Sie ein. Herzlich Willkommen im alten Brauhaus Koblenz, Neuwied oder Mühlheim-Kierlich.